Jetzt lassen sie verschwinden. Ich seh'n mich nach Frischluft. Jetzt dürfen wir ja hoch. Ich denke nicht, dass das... ...die letzten Gegner waren. Ich glaube, die E-Mails nützen uns gerade nix. Oh, die ist Lut. Die ist Lut. Was ist denn die Falle? Hey, Kameras! Die können dich sehen. Ja, ich habe jetzt auch die Kamera entdeckt. Die übrigens... ...in der Minimab eingezeichnet ist. Aber, ja. Ich mache die gleich aus, wenn sie weg guckt. Warum ist Jackie schon unten? Ist das Jackie? Jackie ist hier. Hm, wenn das jetzt nur die zwei sind. Vielleicht drei. Ich glaube, wir schießen, oder, Jackie? Steht halt jetzt unten an der Treppe? Was ist das? Jackie, irgendjemand... Irgendwas sieht dich. Oder sieht nur mich? Schnell, verstecken! Schnell, verstecken! Ladies and gentlemen! Jackie, well! Wieher spicken? Blei, I know! Ich bleib, bleib und wölk! Oh, ich muss das dann! Wäre gut, wenn du ein bisschen ausprobiert wirst, Jackie. Mach nicht den Maskel! Was verstecken? Wo denn hin? Ja! Halten Sie mir vor klein! Wer nicht sucht, der findet, Cabrones! Wer nicht der Herrscher! Deres Magazin muss nachladen! Zeit für ein bisschen Spaß! Hey, soll ich jemanden? Oh, da ist er, ja! Ich glaube, ich habe jetzt... Was? Was? Mit dem, der mich hacken will oder gehackt hat? Ich weiß nicht so richtig. Hat er mich jetzt gehackt oder nicht? Ich wusste gar nicht, dass das geht! Ich wusste gar nicht, dass das geht! Dass sich jemand auch noch in mich hacken kann. Da... Da fällt ja direkt die Kiste hier um. Da wollte sich schon wieder jemand in mich hacken. Hallo, Jens! Ich sehe den überhaupt nicht. Äh... Keine Ahnung, mit wem du dich anlässt! Ich auch nicht, Jackie! Aber da oben anscheinend irgendwo... Aber da oben anscheinend irgendwo... Habt ihr... Habt hier niemand Loot? Sag mal! Habt hier niemand Loot? Sag mal! Was ist das denn lokal ist? Oh! Das ist ja crazy! Könnte das hier wahrscheinlich ausschalten? Ähm... Eigentlich wollte ich gucken, ob hier Loot ist. Huh! Da unten ist Loot, Jackie! Oh, bisschen Geld! Warte, wo ist ne Kamera? Warte, wo ist ne Kamera? Gibt's hier Loot? Äh... Was hast du geschossen jetzt? Was ist das hier? Da ist ne Finger! Aber ich kann damit nichts... Der Zünder ist scharf! Spreng! Auf jeden Fall haben wir direkt das optionale Ziel erledigt, obwohl ich es nicht mal mitgekriegt habe, dass wir ein optionales Ziel haben! Cool! Äh... Okay, wir müssen unten raus. Jetzt. Jetzt geht's nicht lang. Das Loot? Ich finde Spreng ist immer ne gute Idee. Wir sind ja noch mehr. Bleib in Wien. Der Feind schläft nicht. Ja, aber wir müssen gucken, ob hier auch noch Kameras sind. Wir könnten uns ransneaken, Jackie. Du den einen, ich den anderen. Das ist natürlich jetzt ungünstig. So viel zum Thema Sneaken. Äh... Wo laufen sie lang? Und lang? Uh! Lad halt nach! Oh! Der hackt sich wieder. Aber der versteckt sich. Ja gut, soll er sich hacken? Jackie macht das in der Zwischenzeit. Ja gut, soll er sich hacken? Ich muss mal gucken, dass ich mal coole Waffen finde. Weg nach, ihr Fallpfosten! Ich bin dran! Wer redet hier? Hier ist die Frau! Wo? Ja, müssen wir mal주를 tun. Ich kann die Dinger ja auch ausschalten, glaube ich, ne? Diese Ping-Dinger und so. Aber das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Ach so, ich habe keine... Es ist nicht mehr so viel Muni, tatsächlich. Äh... Ich hätte gern ein bisschen Munition. Ich kämpfe weiter! Los mit Lustig! Ich mach dich selbst kaputt! Da hab ich die letzte, oder? Entscheide nicht die letzte. Ich brauche Muni. Äh... Hier labert noch jemand. Ich kann mich nicht mehr unter. Oh, das war's. Ich bin ja. 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 Hier ist noch eine Kiste. Ich bin ready, geht weiter. Oh, hier ist noch Lut. Ich lese mir die später irgendwie durch, aber ich habe es erst mal. Ach guckt man hier. Ja, die eine habe ich schon ausgemacht, Jackie. Wenn jetzt hier jemand auf das Ding schießt, ist das durch. Auf Rotierung. Toll, muss ich nachladen? Ich schieß einfach immer daneben. Ach, da unten sind ja noch mehr. Der ist schon längst tot, Jackie. Was ist mit dem? Oh, Lut. Noch mehr Lut. Jackie, du bist ein bisschen wie Vasco. Aber nur so ein bisschen. Okay, Optik neustart, los gehts. Ich schieße nicht vor der kann auf Jackie. Jackie steht einfach da. Sehr gut. Okay, wir warten kurz. Bis der Glücksschrom ist. Er schießt aber von ganz da hinten. Der eine Dude hier, ne? Der ist richtig anstrengend. Der ist irgendwie dahinten sogar, ne? Sehe ich von hier gar nicht. So, nee, Katana ist in falsche Richtung. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch unbedingt ausschalten müssen. Aber hier sind doch Leute auf jeden Fall. Backel kann man verkaufen. Da sollen wir lang, aber da ist... Da ist Jacky. Was ist hier? Und hier? Okay, ist hier noch was versteckt? Ich dachte, das ist ne Lootküste. Okay. Hier noch was. Ich hab gelernt, in den Ecken sind immer Sachen versteckt. Die Kamera ist aber auf der Seite. Ich sehe die Kamera überhaupt nicht von hier. Hier oben läuft einer. Ich bin auch nicht von hier. Was ist denn da? Das ist nur zwei. Es war Zufall, dass ich hier gerade irgendwas Explosives getroffen habe. Oh, wir könnten jetzt hier eine Runde spielen. Das Pferdespringenspiel. Den anderen, hat es den komplett zerlegt oder wo ist der jetzt hin? Ist das aus? Ich habe jetzt Kette, können wir immer gebrauchen. Ich muss eigentlich mal meinen Kaffee trinken. Ich glaube der ist schon kalt. Ach, hier ist noch. Der hängt hier drin? Wow. Das war eine gute Explosion. Gemütlich. 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 A statt F. R. Zum Sammeln. Keine Ahnung warum. War irgendwie... Treffe ich nie die richtige Taste zum Looten? Aber ich drücke nicht mal R. Was drücke ich denn? R wäre ja nachladen. D. Ah, keine Ahnung. Den verdrücke ich nie F. So haben wir hier wieder Kameras? Nö. Gut. Sollen sie uns halt entdecken, ne? Aber das ist ja alle. Ja. Hier habe ich nun irgendeine Deckung. Das habe ich nicht bedacht. Ja. Jacky. Du kannst auch immer mit dir vorkommen, oder? Jacky ist hinter der Tür? Warum ist Jacky hinter der Tür? Wow, Jacky. Wie heißt du? Vi ham inslak? Oh, ey. Ja, ey. Ach du! Wir haben inslak! Ja. 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 Das ist eine Sache. Ja. Ich gehe. Das. Ja. Ich bin das. Ich gehe. Sie. Ja. 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 Der hat sich halb selbst in die Luft mir ja. Also ich muss trotzdem sagen, Jackie steht schon relativ oft auch im Weg. Aber im Vergleich zu Starfield mit Vasco trifft Jackie halt auch mal die Gegner. Und ist tatsächlich so ein bisschen eine Hilfe. Kann man nicht von jedem behaupten. Gut. Ich habe noch eine ikonische Waffe gefunden. Die könnten wir gleich mal ausrüsten. Die ist ein bisschen besser. Gut, wenn ich jetzt aber wieder die ganzen Mods drauf haue, vielleicht auch nicht mehr. Zum Beispiel, die hat keinen Schalldämpfer-Slot. Aber die macht schon ein bisschen mehr Schaden. Ein besserer Reichweite. Ich lasse mal die neue jetzt drin. Da haben wir halt keinen Schalldämpfer mehr drauf. Egal. Okay. Hier nach. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Zusammenarbeit mit Meldstrom kann nie gut enden, was? Das ist doch der Typ aus dem Tunnel letztens. Was ist mit Stout passiert? Sie hat auf die Falschen gesetzt. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ganz einfach. Kurz gesagt, du wirst sie nie wiedersehen. Wir sind fertig hier. Und drin wirst du kaum was rausfinden. Leichen sind etwas mundfaul. Du würdest dich wundern. Ich bin mir sicher, ich finde was. War mir ein Vergnügen. Tschüss. Der hatte was mit der Kopf. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Ich glaube, wir sind fertig. Was jetzt? Mir reicht's für heute. Kannst du mir glauben? Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Der Fettsack sollte uns Shampoos ausgeben für das, was wir heute für ihn gemacht haben. Wie sieht's aus, Miss V? Wie sieht's aus, Miss V? Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit dem Tipps an? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie lagen sie an? Hat mir den Chip und die Maelstrom Kohle gegeben. Also, hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nein. Dachte mir, dass ich die Addys selbst gebrochen kann. Hab mir nur den Bot geschnappt. Einfach so? Nicht einfach so. Mit bisschen Gewalt. Du hast was drauf, Miss V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job. Und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay. Bin gleich da. Bis dann, Miss V. Wir haben jetzt ernsthaft drei Level gemacht in der einen Mission? Das hat sich mal gelohnt, würde ich sagen. Das hat sich mal gelohnt, wenn es nicht mehr gelohnt ist. Das hat sich mal gelohnt, wenn es nicht mehr gelohnt ist.